Servus Leute und herzlich willkommen zu einem Review der Upcam Tornado HD Pro. Ja, mittlerweile gibt es ja ein Video über die Vansview und über die Hecam Kamera, die auch im Außenbereich alle eingesetzt werden können. Jedoch das Flaggschiff, was ich momentan bei mir tatsächlich einsetze, und zwar mit sechs Kameras an der Zahl, ist die Upcam Tornado HD Pro. Und ja, ist jetzt nicht die billigste Kamera, aber tatsächlich die hochwertigste, die ich von den dreien im Besitz habe. und ist ein deutscher Hersteller, was schon mal sehr viele Pluspunkte zeigt. Und ja, ich zeige euch die Installation, die Funktionen, die die Kamera hat und werde die auch immer ein bisschen im Vergleich zu der Hecam und zu der Vansview ein bisschen vergleichen. Und ja, schauen wir mal, was rauskommt. So, die Tornado Pro wird mit allem möglichen Kram drumherum geliefert, was aber andere Kameras auch können. Was hier vielleicht ein bisschen spezieller ist, ist der sehr individualisierbare Standfuß, also auch eine Deckenmontage, eine Kopfübermontage, ist mit dieser Pro-Variante möglich. Das ist dieser Fuß. Die Komponenten, würde ich sagen, sind alle sehr hochwertig, sehr fest und auch bei der Installation gab es tatsächlich keinerlei Probleme. Jede Menge Anschlüsse sind da mit Audio In, Audio Out. Es gibt ein Alarm-In und Out für Alarmanlagen, einen Ethernet-Anschluss, einen Stromanschluss und einen Reset-Knopf. So, die Kameras werden bei mir, können per WLAN bedient werden, aber auch per Ethernet. Bei mir mache ich das per Ethernet. Funktioniert wunderbar. Man kann aber auch zum Beispiel WLAN aktivieren, wenn man das per Ethernet betreibt. Das heißt, dass man zum Beispiel einen, ich sage mal, wenn der Ethernet-Bereich ausfallen würde, würde die Kamera automatisch nach einer Minute auf den WLAN-Betrieb umstellen. Muss man aber aufpassen, dass die Kamera dann eventuell eine andere IP bekommt. Ja, also da keep in mind. Aber quasi diesen Ausfallmechanismus von Ethernet auf WLAN kann man über die Software einstellen. Die iOS-App nennt sich Upcam Connect, lässt sich über den iOS-Store ganz leicht finden und dort kann man dann alle möglichen Kameras hinzufügen, die man über das Ethernet zum Beispiel angeschlossen hat. Die werden sofort gefunden. Man wählt die aus, tippt einfach das Standard-Passwort ein, was man natürlich auch auf jeden Fall ändern sollte und kann das Ding ganz normal hinzufügen. Ganz super easy. Das macht man mit jeder weiteren Kamera. Ich habe alle Kameras eingesetzt, um meinen Außenbereich, um das Haus, was ich gebaut habe, im Blick zu haben, mit allen möglichen Alarmfunktionen und ja, gewisse Sachen kann man hier über die App machen. Das eine ist Live-View, funktioniert sehr gut. Man kann auch zoomen, also das Live-Bild dann anzoomen und reingucken. Man kann Fotos machen lassen, man kann Alarmaufnahmen machen, man kann sich die ganzen Aufnahmen auch angucken, wie jetzt hier über die Bewegungserkennung. Das heißt, jedes Mal, wenn hier irgendwo eine Bewegung erkannt wurde, wurde jetzt hier dann eine Alarmaufnahme getätigt. In dem Fall war das jetzt, hatte ich mal ausprobiert, die Kamera ganz sensibel zu stellen. Das heißt, bei der kleinsten Lichtveränderung hat es da eine Alarmaufnahme gegeben. Deswegen glaube ich, jede Minute oder wenn so ein kleines Viech vorbeigeflogen ist, ging es da los. Es gibt gewisse Einstellungsmöglichkeiten in der App, wie zum Beispiel Alarm Limit, die WLAN hinzufügen, das Passwort ändern, Alarm Limit, also dass es eine Pausefunktion gibt, zum Beispiel nur alle 10 Minuten Alarm geben kann, um eben nicht zu viele Alarmaufnahmen zu initiieren oder zu bekommen. Und ja, die kleinsten Infos kann man hier sich noch abrufen, aber tatsächlich ist die App schon etwas reduziert. Die VansView-App im Vergleich kann etwas mehr in der Einstellung, besonders in der Alarmeinstellung. Die Upcam hat zum Beispiel keine Sirene, was ich jetzt im Außenbereich tatsächlich nicht schlimm finde, aber für den Innenbereich diese Tornado Pro, wobei die Tornado Pro, glaube ich, auch tatsächlich nicht für den Innenbereich gedacht ist. Aber wäre jetzt zum Beispiel, wenn man eine Kamera mit Sirene sucht, wäre das der falsche Weg. Da müsste man also dann nochmal was dazu bauen, eine kleine Sirene oder sonst was. Aber die Upcam hat ja auch einen Alarm-Port, um eben solche Sirenen auch anzusteuern. Für Windows gibt es ein Upcam-Such-Tool. Das wird auch mitgeliefert mit einer CD und dort findet man alle Kameras super schnell, werden direkt angezeigt. Also der LAN-Scan funktioniert sehr, sehr gut über die Upcam. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt den Internet-Explorer für die ganze Geschichte. Hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Chrome und Firefox machen da immer ein bisschen Probleme. So, das ist im Prinzip die Live-Ansicht. Man kann dann Multiview auch noch bis zu neuen Kameras sich angucken und gleichzeitig das Live-Bild sehen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel eine Kamera, die ich auf 100% Sensibilität gestellt habe, die halt bei der kleinsten Änderung irgendwie anschlägt. Und man hat beim abendlichen Bild natürlich ein leichtes Grisseln, sodass die Kamera also andauernd hier auslöst. Was natürlich jetzt nicht so praktisch ist. Also 100% Sensibilität solltet ihr da nicht einstellen. Aber ansonsten funktioniert die Multiview-Geschichte sehr gut und wir gucken mal in die Einstellungen hinein. Es gibt hier auch die Modi, dass ihr verschiedene Benutzer haben könnt. Also ein Admin, einen normalen Benutzer und auch ein Guest-Status. Funktioniert sehr gut. Es gibt übrigens auch einen JPEG-Stream. Der JPEG-Stream ist relevant, wenn ihr zum Beispiel ein Smart Home habt und dort ein Panel oder sonst was verwendet. Und könnt ihr darüber über den JPEG-Stream ebenfalls die Kamerabilder einfach abrufen. Ja, eine große Funktion, ein großes Plus der Upcam ist die Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt sagen, hier zum Beispiel Alarm bei Bewegung. Ihr könnt sagen, wo diese Bewegung stattfinden soll. Ob es da nur gewisse Bereiche gibt, ob andere Bereiche ausgeklammert werden sollen. Tatsächlich kann man hier nur vier Ecke machen. Schön wäre es, wenn man auch drei Ecke bauen könnte. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel schräg so eine Straße haben möchte, ist es ein bisschen schwierig. Das wäre vielleicht ein Feedback noch. Ansonsten Alarm bei Geräuschen funktioniert. Ihr könnt hier auch mit der Alarmfunktion sagen, okay, wollt ihr ein Bild haben? Auf dem FTP-Server funktioniert das. Alarmsignal an I.O. ausgeben für eine Sirene zum Beispiel oder Alarmanlage. Oder auf die mitgelieferte SD-Karte liefern. Anders bei der Vansiu ist hier eine 8 GB Kingston SD-Karte mitgeliefert. Ja, man kann auch eine Daueraufnahme starten. Im Prinzip funktioniert das so, wenn die voll läuft, werden alte Aufnahmen überschritten, überschrieben. Wir haben hier eine 6 Mbit Streamleistung, die die Kamera hat. Die Kamera hat, meine ich, einen 10 Mbit Anschluss. Und ja, gut. Meine Updates sind auch durch. Wunderbar. Hier gibt es auch viele Einstellungen für die Bildqualität. Also ich kann im Nachtmodus dann sagen, eine Linsenverzerrung ist so ein bisschen fischaugemäßig. Ich habe natürlich dann auch so ein paar Lichtreflektionen von den Infrarotlampen. Und ja, Abdeckungsbereich ist auch wieder, ich kann was ausgrauen. Audio, es gibt ein Audio in, Audio out. Nutze ich persönlich nicht. Das ist ganz praktisch. Ich habe alle Kameras auch in der Firmware direkt geupdatet. Und habe auch alles Mögliche an Einstellungs-Backups durchgeführt, sodass ich solche Kameras schnell wieder, wenn eine mal kaputt gehen sollte, theoretisch da wieder einbauen kann. Ja, also funktioniert wunderbar. Ja, das Fazit zur Upcam. Riesen Pro-Punkt. Es ist ein deutscher Laden. Der Support antwortet super schnell. Es ist super einfach zu installieren. Die Einstellungsmöglichkeiten sind von den drei Kameras, also der Hecam, der Vansview und jetzt der Upcam, sind bei der Upcam weitaus die besten. Die Konnektivität ist ungefähr auf dem Level von der Vansview. Die hat auch schon eine sehr, sehr gute Konnektivität. Die Hecam ist eher die langsamste, aber die Upcam ist da sehr flott. Die App könnte ein Ticken, ja, ich sag mal, aktueller werden. Ein bisschen, bisschen schneller in der Aktualisierung der Thumbnails. Das finde ich ist ein bisschen schade. Ist jetzt kein Dealbreaker, aber das könnte noch ein Ticken besser sein. Aber ansonsten ist da echt nichts zu meckern. Ja, es gibt so ein Band, ganz kleine, ich sag mal, ganz kleine Feinheiten, die noch ein bisschen besser gemacht werden können. Wie zum Beispiel, wenn ich tausende Belegungsaufnahmen habe und ich klicke die hundertste an und gucke mir die an und möchte dann die hunderterste angucken. Geht das nicht gleich, weil die App springt immer wieder zur ersten Aufnahme und ich muss dann wieder runterscrollen zur hundertsten, muss man also die Uhrzeit merken und so. Ja, das sind so ganz kleine Feinheiten. Oder wenn ich das Ganze über einen FTP runterlade, beziehungsweise über den Internet Explorer, gibt es keine so Lade-Alle-Runter-Funktion, sondern man muss da ein bisschen durchgucken. Man muss vielleicht die Kamera dann auch mounten als Pfeil, als Festplatte oder sowas, was alles wieder ein bisschen kritisch macht, ein bisschen schwierig macht. Aber an sich ist es ein gutes Tool, um, wie ich finde, sein Eigenheim abzusichern. Ich kann es wirklich nur empfehlen, die Upcam. Mir wurde sie tatsächlich auch empfohlen, ich kannte den Laden nicht, bin aber sehr froh, dass es mir empfohlen worden ist und kann es mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Unten in der Videobeschreibung ist auch ein Amazon-Link dazu, auch zu den anderen Kameras sind die anderen Videos da. Die Upcam kostet ungefähr 199 Euro, ab und zu gibt es mal ein Angebot für 179 Euro. Scheint ein sehr, sehr hochwertiges Gehäuse zu haben, also im Vergleich zur Vance View und zur HECAM deutlich hochwertiger. Die Upcam sagt auch von sich, oder der Laden sagt von sich, dass sie im Prinzip die besten Kameras genommen haben, zerlegt haben und dann geguckt haben, was gut ist, was schlecht ist. Das Gute haben sie quasi wieder reassembled zu einer eigenen Kamera. Die Bildqualität finde ich sehr gut, die Kameras hängen bei mir ungefähr in 5, 6 Meter Höhe. Man kann also immer noch ganz gut auch in der Nacht erkennen, wenn da jemand rumläuft. Klar, Gesichtserkennung wird da ein bisschen schwierig. Am Tag geht das, in der Nacht wird es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, da ist man dann auch schnell mal in einem anderen Preissigment unterwegs, mit einer Mobotics oder Co., wo man aber schnell mal in Tausender Programmerer los ist. Ja, da muss man ein bisschen abwägen, was man damit machen möchte und ja, klare Kaufempfehlung. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute!